Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich möchte euch mal das neue Camtasia Studio 9 vorstellen. Ich habe noch nicht alle draus gefunden, ich bin da immer noch am rumbasteln und rumpfuchsen, aber ich bin echt begeistert. Das ist jetzt 64-bit fähig, das schnort wie ein Kätzchen und vieles ist leichter geworden und einfacher geworden. Zum Beispiel, hier unten seht ihr jetzt das Video, was ich gemacht habe zu TVNOW und 7TV. Früher musste man das immer so machen, dass man dann hier praktisch das Bild reingezogen hat und dann konnte man sich das justieren, wo man das hinhaben wollte. Und jetzt brauche ich einfach nur noch das Bild ins Video ziehen, kann es mir da kleiner machen und da hinstellen, wo ich will. Ich kann das andere anklicken, das ging ja vorher auch schon. Und noch was Schönes ist, ihr seht jetzt hier beide Apps, jetzt zum Beispiel den Übergangseffekt. Früher musste man dann eins anklicken und den Übergangseffekt reinziehen. Am Ende und am Anfang, jetzt wenn man mittig macht, ist es gleich, oder ziemlich in der Mitte macht, ist es gleich an beiden Enden. Aber, was jetzt dazu gekommen ist, ich nehme ein Übergangseffekt, habe beide markiert und zack, ist der Übergangseffekt drin. Ich kann dann auch einzeln löschen, wenn ich das möchte. Ich kann auch das gesamte Video markieren. Achso, das ist jetzt ein bisschen groß, aber egal. Und hier seht ihr das, jetzt habe ich das lange Video markiert und die beiden kurzen. Und ziehe den Übergangseffekt hier einfach mittig rein. Und dann habe ich hier, 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 überall den Übergangseffekt. Hier brauchen wir natürlich jetzt nicht. Auch hier am Ende ist der Übergangseffekt. Den können wir wieder rauslöschen. Aber die beiden können wir drinnen lassen. So, dann können wir das mal rauslöschen. Ich werde das nachher noch weiter bearbeiten. Dann hat sich die Bibliothek... Ich kriege Bilder, kriege ich jetzt einfach so zum Reinziehen. Videos nicht. Da muss ich dann sagen, auf Hinzufügen. Da hat man dann hier so ein Hinzufügenfeld. Medien importieren. So, und dann kann ich mir die importieren. Das hat vorhin nicht funktioniert. Seht ihr das? Dass ich das nicht importieren kann? Warum das jetzt ist, weiß ich nicht. Aber Bilder geht ganz normal. Die kann ich einfach vom Desktop hier rüber schieben. Das zeige ich euch nochmal. So, Bede markiert. Rübergezogen. Gut, jetzt sind sie ja schon da. Muss ich erstmal rauslöschen. So, Bede markiert. Ringezogen. Und da sind sie auch schon. Das ist jetzt etwas lahmarschig gerade. Aber auch nur, weil ich mit Camtasia Studio 9 auch den Bildschirm aufnehme. Normalerweise ist das nicht so lahmarschig. Wie gesagt, wir haben jetzt hier drüben, haben wir jetzt schön aufgeräumt. Wir haben hier die Übergangseffekte. Hier kann man dann auch noch sortieren. Wir haben dann auch noch die Animation hier mit drin. Können wir mal da rein machen. Was? Wo war denn das jetzt hin? Da hier rein. Und dann ist das hier. Und dann kann man sich die Animation hier, haben wir dann hier oben den Button für Animationen, Tonen. So, kann man das denn hier bearbeiten. Und auch wieder entfernen. Mit den Animationen hier habe ich jetzt noch nicht wirklich gearbeitet. Da fuchse ich mich langsam zurecht. Ich könnte natürlich auch mir einige Anleitungen durchlesen. Aber ich, ehrlich gesagt, macht es mir persönlich mehr Spaß, wenn ich mich da selber reinfuchse und ausprobiere und teste. So, dann haben wir hier auch noch Zoom. Das kennt ihr ja auch. Und das ist dann natürlich hier vorne. Da kann man dann schön langziehen. Und wenn ich dann praktisch das Video mache, dann habe ich dann hier den Zoom-Effekt drin. Den können wir aber jetzt natürlich rauslöschen. Den brauchen wir jetzt nicht. Dann haben wir auch noch Cruiser. Dann haben wir hier natürlich gleich alles auf einer Sicht. Dann auch die Maustasten. Und hier kann man einzeln so gesprochene Kommentare. Also ein Head ist eigentlich wie im Alten. So, können wir das jetzt hier. Zack. Und hier so verschiedene Effekte hinzugefügt. Wo haben wir den Effekt jetzt hin? Hier. Aufklappen. Und hier haben wir dann den Effekt. Den können wir dann separat anwählen. Und wir können dann halt... Na gut, jetzt sieht man das halt nicht wirklich. Und man kann die Effekte auch wieder rauslöschen. Einfach markieren. Und dann sind die auch weg. Mit denen habe ich auch noch nicht ganz gearbeitet. Hier seht ihr... Bei dem seht ihr nämlich am besten, was denn passiert. So. Und man kann dann halt hier auch noch den Regler setzen. Hoppala. Hat den Regler nicht erwischt. So. Dass das so ein bisschen aussieht wie alt. Sättigung. Hier können wir dann auch wieder die Farbe drin setzen. Wenn wir dann hier alles hoch machen. Seht ihr das? Also wenn ihr da mal ein bisschen zu hell gemacht habt oder so. Kann man damit dann halt immer schön auch noch ein bisschen ausgleichen. Und Effekterin klatschen. Ich habe damit noch nicht so viel gearbeitet. Muss ich gestehen. Und die Bibliothek ist schöner. Wir haben jetzt hier oben die Clips. Und dann gleich hier auf... Kann man daneben gleich auf Bibliothek klicken. Ich habe hier schon ZZ-Intros gemacht. ZZ-Deswegen damit das Ganze am Ende steht. Und nicht am Anfang. So. Und da habe ich dann meine Intros drin. Die kann ich dann auch hier rausziehen. Ins Video ziehen. Und dann sind sie da. Oder löschen. Dann machen wir das mal weg. Dann ziehen wir das einfach hier rein. Und dann ist es hier. Und dann ran. Und dann haben wir ein Intro drin. Dann habe ich hier noch das für Werbung. Zack. Und das muss ich dann hier selber natürlich noch anpassen. Erstmal über die ganze Fläche muss das gemacht werden. Wenn das jetzt ein Werbevideo wäre, was das nicht ist. Und dann kann man dann hier... Ich habe es extra groß drin gelassen. Dann kann ich mir das hier noch schön anpassen. Klein, dick. Also... Können wir auch noch mal raus machen. Noch mal rin. Zack. Und dann die Taste drücken. Und dann geht das natürlich... Klein, ohne dass irgendwas ist. Und dann könnten wir das natürlich jetzt hier oben schön in die Ecke klatschen. Und wenn wir dann halt, sagen wir mal, die Wand ziemlich hell ist und der weiße, ja, der weiße halt ein bisschen doof ist, weil es sonst nicht auffällt, können wir dann auch hier noch einfach sowas nehmen. Und nehmen wir dann einfach... Wir haben Pfeile, wir haben Vierecke, wir haben ja alles Mögliche jetzt. Also es ist wirklich viel dazu gekommen. Und wir können jetzt zum Beispiel dieses schwarze Feld nehmen. Und da kann man dann auch noch eine Farbe anpassen. So, das nehmen wir jetzt einfach mal. Und machen das jetzt. So. Zack. Und jetzt ist das... Markiert. Natürlich muss das, wenn es unter das Werbebanner soll, auch unterhalb des Werbebanners angeordnet sein. Damit wir uns das dann hier auch dementsprechend angleichen können. So. Und das ist das Werbebanner. Ich habe das falsch markiert. So. Und dann können wir das... uns so hinschieben, wie wir hinhaben wollen. Und dann halt justieren. Ach so, eine Werbebanner noch ein bisschen nach... Ach, jetzt habe ich das schwarze ein bisschen zu klein gemacht. Falsche Taste. Würde ich es nämlich so haben. Und dann kann man sich das halt so hinordnen, wie man das will. So. Und dann sieht das dann so aus. Man kann das auch kleiner machen. Muss ja nicht sein. So. Man kann auch... Beispiel das hier einblenden, wenn man irgendwas erklären will. Oder ein Pfeil. Braucht man nicht selber ein Pfeil machen. Irgendwie malen oder so. Dann kann man hier einfach so ein Pfeil nehmen. So. Und dann kann man den... Dann... Da... Auf dem Fener zum Beispiel. Und dann kann man den Übergangseffekt machen. Zum Beispiel, dass der dann langsam erscheint. Oder was weiß ich. Also die haben... Oder wenn man einen geraden Pfeil haben will. Ja. So. Kann man das auch machen. Raus. Oder Sprechblasen haben sie jetzt halt... Auch ein bisschen optimiert. Auch jetzt, wenn man jetzt die Sprache... Also den Text macht. Wird es automatisch kleiner. Oder größer. Dann kann man sich das langziehen. Äh. Funktioniert wesentlich besser als in Camtasia Studio 8. Muss ich sagen. So. Kann man sich das so lang machen, wie man will. Man kann es direkt auf den Mund ziehen, wenn man Bock hat. Oder halt auf den Kopf. Und dann kann man auch, wenn man sagt, ah, das ist ein bisschen zu groß. Kann man sich das halt auch kleiner machen, wenn man... So. Oder ganz groß für einen großen Text oder einen kleinen Text. Und dann... Na doch, können wir so machen. Also da sind dann natürlich keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr euch echt austoben. Dann haben wir hier noch animierte Hintergründe. So. Kann man... So. Seht ihr das? Ja. Dann haben wir dann... Können wir dann zum Beispiel... Was haben wir denn noch? Schönes. Das hier. Können wir den animierten Hintergrund hier drin ziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel... Was weiß ich. Hoppala. Ein Video macht, wo man eher diskutiert oder einen Podcast oder Bilder einblenden will. So. Das geht auch nicht länger. Das ist halt nur dieses kleine Ding. Und da kann man dann... Was weiß ich. Irgendwelche Sprechblasentexte einblenden oder was weiß ich. Wir können auch... So. Zum Beispiel machen. Und dann halt... Wenn man mehrere Videos hat. Halt... Falsche Fenster markiert. So. Wenn man mehrere Videos hat. Kann man jetzt zum Beispiel das machen. Und... Clipauswahl. So. Zack. Müsst ihr euch jetzt vorstellen. TVNOW ist halt ein anderes Video. Und... Dann haben wir das noch rein. Das ist auch noch kleiner. Das ist auch noch ein Video. Oder ein Erklärtext, der läuft. Und dann... Kann man denn... Wenn man denn hier... Mal ranzoomen. So. Mal das auf jeden Fall machen. Und dann kann man hier... Seht ihr das? Das sich der Hintergrundteil bewegt. Und das Video bewegt sich. Und zack. So läuft das dann. Also ich finde die neue Camtasia Version... Ist... Sehr aufgeräumt. Sie funktioniert sehr flüssig. 64 Bit fähig. Klar gibt es halt noch einige Verbesserungen. Die man machen kann. Man kann halt... Wie gesagt... Keine Videos direkt hier reinziehen. Warum das nicht so geht. Weiß ich nicht. Also da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was verbessern. Ich habe auch noch nicht die Stapelkomprimierung gefunden. Weil bei der alten Version... Da war einfach hier oben... Jetzt mal raufgegangen. Und dann hat man gesagt... Stapelkomprimierung. Und dann konnte man halt... Wenn man... Was weiß ich... Wenn ich eine Session aufgenommen habe von irgendeinem Spiel... Und das waren fünf Parts... Konnte ich fünf Parts hintereinander wegrendern. Das habe ich bis jetzt hier noch nicht wiedergefunden. Ehrlich gesagt. Ich bin noch am Suchen. Ihr könnt es mir natürlich leicht machen. Und irgendwo in der Anleitung lesen oder so. Aber das macht natürlich keinen Spaß. Und wenn man jetzt das Video fertig hat... Dann läuft es jetzt auch ganz anders. Wir gehen hier nicht oben auf Wiedergabe. Oder irgendwas dergleichen. Wir drücken hier oben auf diesen grünen Knopf Wiedergabe. Und dann kommen wir zu den Möglichkeiten... Die es gibt. Ihr müsst dann... Wenn ihr das nicht gleich hochladen wollt... Oder in eine Cloud... Geht da einfach auf lokalen Datenträger. Und da habt ihr dann die Möglichkeit. Hier habe ich natürlich meine alten Profile... Aus Camtasia Studio 8. Die werden auch einwandfrei übernommen. Ohne irgendwelche Probleme. Und hier natürlich die normalen Camtasia Studio Profile. Hier unten habe ich ein bisschen gespielt. YouTube und... Wiedergabe in der Cloud von Microsoft ist hier mit dabei. Weil ich das installiert habe. Und hier halt die anderen verschiedenen Sachen. Wir gehen einfach da rauf. Und dann haben wir... Ja... Machen. Und dann können wir hier einen Titel eingehen. Wo die Macht sein soll. Äh... Einen Unterordner. Ich habe einen Unterordner immer aus. Muss ich sagen. Ich mache das immer so. Und dann... Ja... Wollen wir mal abbrechen. Wir wollen ja noch nicht... Muss ja noch ein bisschen was machen mit dem Video. Ja... Das ist die neue Camtasia Studio Version. Wie gesagt... Ich bin immer noch am Testen. Und... Ich muss ehrlich hier stehen. Vom ersten Eindruck... Bin ich sehr begeistert. Also wirklich... Es läuft flüssig. Es läuft schneller. Reibungsloser als die alte Version. Es ist wesentlich aufgeräumter. Man kann alles viel einfacher und viel leichter erreichen. Man hat auch alles viel einfacher und leichter im Überblick. Hier seht ihr das ja. Vorher war das dann immer hier unten fette Button. Und da mussten man... Konnten nicht alle angezeigt werden. Da mussten man hier auf den Pfeil drücken. Und dann hat man erst die nächsten Objekte gesehen. Was man klicken kann. Hier habe ich alles schön in einer Übersicht. Die Bibliothek habe ich hier. Clipart. Auch hier oben... Kann man dann weiter klicken. Oder hier. Oder hier. Animation. Zack. Und dann hat man dann halt hier auch... Die Animationseffekte. Und die werden dann auch hier... Richtig gut eingearbeitet. Ich habe aber mit diesen Animationseffekten ehrlich gesagt noch nicht so viel gearbeitet. Da fuchse ich mich erst noch rein. Und hier mit dem Cruiser habe ich schon mal so ein bisschen rumgespielt. Das habe ich schon mal getestet. Das funktioniert recht geil. Hier haben wir die Audiokommentare. Da können wir dann natürlich das Mikrofon auswählen und so. Also funktioniert echt flüssig und echt gut. Wie gesagt, das ist jetzt nur mein erster Eindruck. Ich habe das jetzt noch nicht lange benutzt, muss ich sagen. Ich wollte nur meinen ersten Eindruck kundtun. Und ich bin da immer noch am Rumspielen. Wie gesagt, ich will es mir nicht so einfach machen. Ich will nicht nachlesen oder so. Ich möchte mich da selber rindfuchsen in das neue Camtasia. Hier unten habt ihr auch noch mehr. Da haben wir dann halt noch. So. Die zwei Sachen. Aber wie gesagt, ich will mich da selber rindfuchsen. Also wie gesagt, mir fällt es, dass es aufgeräumter ist. Es läuft stabiler. Es läuft schneller. Es ist aufgeräumter. Man kann alles schneller erreichen. Die Interaktion ist besser. Flüssiger. Man braucht nicht immer alles nach unten ziehen. Es reicht, wenn man das hier einfach reinzieht und sich dahin platziert, wo man hinhaben will. Aber dann müsst ihr natürlich im Video auch an der sprechenden Stelle sein. Wenn ihr das TVNOW App jetzt zum Beispiel, dieses Logo, eigentlich hier hinten haben wollt. Dann bringt das natürlich nichts. Wenn ihr das am Anfang drin macht, dann müsst ihr das an der Stelle reinziehen. und anpassen. Ja, naja, die Finger machen wir mal weg. Das ist wegen TVNOW, weil TVNOW ist echt eine Kack-App. Aber egal. So. Wie gesagt, das war jetzt mein erster Eindruck. Ich bin immer noch voll happy von der neuen Version. Bin immer noch am Testen und am Machen. Und ich finde auch immer wieder was Neues. Und das macht halt richtig Spaß momentan. Sorry, Leute. Aber es macht halt einfach Spaß, wenn man das selber entdeckt und selber herausfindet, ohne nachzulesen, durch Experimentieren, durch Machen, durch Tun. Ich bin dann erstmal weg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn es jetzt nicht so genau erklärt ist, wo was ist. Weil es ist, wie gesagt, nur der erste Eindruck. Ich bin gerade dabei, damit mich zurechtzufuchsen. Wenn ihr da Fragen habt, wie gesagt, eigentlich weiß ich ja schon, dann einfach in die Videokommentare. Ich verabschiede mich bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.